Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 234. Folge von Let's Play on the 2. On the Bus Simulator mit mir, auch Jürgen Rieser. Wir sind zurück zum letzten Mal von der Themenwoche Arlheim-Laurensbach-Update und fahren die letzte Nachtbuslinie, das ist die Linie NE14. Sie führt uns vom Arlheimer Hauptbahnhof über Norderhof wieder zurück zum Arlheimer Hauptbahnhof. Fahrt da ungefähr zwischen 30 bis 45 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Mercedes-Benz O407 Anax mit Schaltgetriebe. Wir fahren im NVB V-Paint aus Nordstedt. Das Gasblätter ist Stuttgart. Wir fahren jetzt auch direkt los und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. zumalus. ixx2 4 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 Sehr verehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Nachbuslinie NE14. Sie füllen vom Hauptbahnhof über Norderhof und hier zurück zum Arlheimer Hauptbahnhof. Mein Name ist Julian Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Nachtbusfahrer und werde Sie sich am Fahrzeug zum letzten Mal durch das nächtliche Arlheim und Lautensbach begleiten. Falls Sie irgendwelche Fragen und Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir da vorne kommen, deswegen stehe ich auch als Busfahrer jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Und in diesem Bus funktioniert die Anzeige leider nicht bitter, wenn Sie aussteigen möchten. Dankeschön. Und ich werde die Anzeige für Sie selber sprechen. Hallo Manfred. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauerzeuge. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauerzeuge. Ich hoffe euch an da draußen geht es dem umsprechend gut. Mir geht es auch gut. Das Kegeltraining war gestern auch schön gewesen. Ich habe ja 411 zusammengebracht im 100er Durchgang. Die Jungs waren auch alle 4 da gewesen. Ich habe euch auch unser Sporthand gezeigt. Altes. Ich hoffe die Tour hat euch auch Spaß gemacht. Wie es dort aussieht. In der Kegelbahn. Und heute gehe ich mit meiner Mama dann ins Kegeltraining um 14 Uhr in der INBW nach Elbronn. Das sind nur Mitglieder erlaubt, wo auch Betriebssportbörder INBW Mitglied sind. Und dann komme ich am Nachmittagora zwischen Nachmittag und Abend wieder zurück. Nächster Halt. Und heute auch Postamt. Das ist mir hier viel zu kalt Herr Busfahrer. Kalt ist im Deutschen Buch. Es ist der Funk. Nächster Halt. Holtauer Straße. Malzeit. 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 Malzam Schroeder damit Planung an mir visto! Malzeit. 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 Nächster Halt Wackendorfer Straße Nächster Halt Windhundstraße Okay, der Bus hat 5 gegangen Nächster Halt Windhundstraße 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 Nächster Halt Nächster Halt Windhundstraße 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 Ok, dann wenden wir hier auf die Straße. Ok, dann wenden wir hier auf die Straße. Ok, dann wenden wir hier auf die Straße. Gotthardstraße. Ok, dann wenden wir hier auf die Straße. 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 Ok. Ok, dann wenden wir hier auf die Straße. Ok, dann wenden wir hier auf die Straße. Ok, dann wenden wir hier auf die Straße. Hallo. Hallo. Ok, dann wenden wir hier auf die Straße. 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 Ok, dann wenden wir bei der Straße. Ok, dann wenden wir dann unsere Straße nach außen. Also langsam wird es auch hell hin umziehen um 3 Uhr morgens merkt man schon, dass die Sonne langsam aufgeht. Dann wächst er halt die Bahn nach der Straße. Nächster Halt Dieselstraße. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Nächster Halt AVG Eulenhof. Guten Tag. 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 Das war's für heute. Landen-Sfinlandsschule DING DO Nächster Halt AVG Norderhofer Straße Hallo! Nächster Halt AVG Niederkampstraße Nächster Halt Norderhofer Nächster Halt 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 Klar? 4? 6? 4? 5? 5? 4? 3? 6? Das ist auch kein Haus. Ich möchte auch niemand mit. Nächster Halt. Neu-Amerika. Da war auch niemand durch Fahrt. Die Fahrt. Die Fahrt geschickt werden auf dem Zug der Tür. Die Fahrt. Nächster Halt, Heizbeckstraße. 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 Guten Tag. 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 nächsten Tag. Heuthalsstraße Nächster Halt Borteler Landstraße Nächster Halt Victoria Straße Nächster Halt Nordenburgs-Badenstraße, Bebelstraße. Nächster Halt, Seckerstraße. Ausstieg in Fahrrichtung rechts. Nächster Halt, Seckerstraße, Bebelstraße. Nächster Halt, Brandenburger Straße. Nächster Halt, Seckerstraße. Runders unglasenstant. Nächster Halt, Seckerstraße. Nächster Halt, Seckerstraße. Fahrstagen, Fahrstagen Flugzeug im Auftrag des Zadans. Nächster Halt AVG Betriebshof Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Traunsteinstraße Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Nächster Halt Nächster Hallo! Kannst du einmal kurz ein Stück gekinnt bitte? Einmal kurz ein Stück gekinnt! Ding dong! Nächster Halt! Dresdner Straße! Ding dong! Nächster Halt! Leipziger Straße! Oké! Musik Untertitelung. BR 2018 Nächster Halt. Hauptstraße. Nächster Halt. Fraketstraße. Nächster Halt. Arlheim Hauptbahnhof. Diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir wünschen Ihnen noch eine angenehme Nacht und würden uns sehr freuen, Sie bald wieder als Fahrgast begrüßen zu dürfen. Bitte vergessen Sie Ihre Habsicherheit nicht, bevor Sie aus dem Bus aussteigen. Vielen Dank. Also meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich für's Dabeisein mit dieser langen und spannenden Themenwoche. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mir mein kostenloses Abo auf dem Kanal da. Vergesst nicht die Glocke zu haktieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst gerne auf jedem Livestream und Video gerne den Daumen nach oben da. Und vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, wie das Video euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder auf einer neuen, auf einer anderen Karte. Lasst euch einfach überraschen, welche Karte das sein wird. Und bis dahin, bleibt gesund, bort kein Mist und bis zum nächsten Mal, euer YouTuber Julian Rieser. Und das war unser Bus, unser Mercedes-Benz O407 Anax mit H-Schaltung. Also, Tschüss!